Und weiter geht's hier in Russian Fishing 4. Heute nochmal wieder schön auf Grund, allerdings nicht auf dem Aal, auch wenn wir hier gerade mitten in der Nacht sind. Nein, heute geht es nochmal schön auf Karpfen. Alle Welt zieht gerade wie verrückt Karpfen und wie kann das denn sein? Ich will auch endlich Karpfen fangen, aber ich komme vielleicht noch nicht zum Bernsteinsee. Hier am Bärensee muss doch auch was gehen. Also legen wir los. Ich stand ja zuletzt auch schon mal mehrfach hier wieder am Bärensee und hier kann man ja theoretisch ab Level 18 schon hin. Ist allerdings nicht so ganz sinnvoll sich ab Level 18 hier schon hin zu begeben, denn naja man braucht ja auch ein entsprechendes Set. Und wenn man kein passendes Set hat, um Karpfen zu angeln, wird das Ganze eben übelst schwierig. So, ich werfe gerade mal eben aus hier. Ihr seht, hier ist gerade der, das war der erste Wurf nach draußen. Ich habe also noch gar nichts getestet und probiert. Teste jetzt hier quasi blind, ob hier was geht oder auch nicht. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn jetzt was geht. Gerade wenn man so ein Video aufnimmt, ist es halt immer ganz schön, wenn man auch was fängt. Aber in der Regel klappt es eben auch hier an diesem Bärensee und immer wieder gut an speziellen Stellen. Im Moment stehe ich hier, wie auch schon oder ähnlich wie beim letzten Video hier. Beim letzten Video habe ich allerdings dann da drüben eher hingeworfen. Also in diesem Bereich, ja man sieht es hier auf der Karte auch ganz gut. Hier ist diese Schilfkante und dann hier in diesem Bereich. Man kann sich aber auch genauso hier mal hinstellen, hier hinwerfen, hier ist auch nochmal eine Schilfkante oder ganz weit raus bis hier hinten hinwerfen. Also das sind so verschiedene Stellen, die man ganz gut testen kann und wenn es mal richtig heiß ist, richtig warm, dann auch einfach mal hier ganz ufernah probieren. Vielleicht auch mal hier, hier mit dem Auge markiere ich das mal eben, so in diesem Bereich, ganz nah am Ufer oder hier bei diesen Seerosen, einfach mal in dem Bereich testen. Auch das kann richtig gut funktionieren für die Amure. Klassischer Test, hatte ich ja jetzt in den letzten Karpfenvideos auch schon immer wieder gesagt. Je nachdem, was ihr für eine Montage schon verwenden könnt. Vielleicht erstmal verschiedene Aromen testen. Keine Futtermische rein, sondern erstmal verschiedene Aromen testen, ob da überhaupt irgendwie was drauf reingeht und zuppelt und dann weiter drauf aufbauen, beziehungsweise die Aromen dann natürlich optimieren sozusagen, dann auch mit der Futtermische. Auch hier auf der anderen Seite kann man sich sehr gut hinstellen und dann hier in diese Area reinwerfen und natürlich auch noch klassisch 44,50. Dann steht man hier ungefähr, hier sind so Schilf, beziehungsweise so Seerosen. Auch da ist man ungefähr mit 21, 22 Metern ganz gut dabei. Und natürlich auch 55,33, 55,32. So in diesem Bereich hier. Das hat ja letztens auch schon immer wieder ganz gut funktioniert. Für zum Beispiel Goldschleier und Co. Ja und einer der großen Klassiker an Köder Kombination, an Aromen ist einfach immer wieder Kokos und Sahne, beziehungsweise nur Sahne oder nur Kokos. Und damit stehe ich jetzt hier auch gerade. Ich habe das jetzt hier dreimal dran. Was ich jetzt gerade geändert habe zu meiner sonstigen Angelmethode. Man muss ja schon sagen, zur Zeit ist Pop-Up, die Pop-Up Montage, eine der wichtigsten Montagen. Empfehle ich auch immer wieder da die Skillpunkte rein zu machen. Denn Pop-Up Rig ist einfach top. Da gehen ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Sachen mit. Alleine auch mit dem Mais nur zu angeln und so. Ist schon richtig hilfreich, wenn man das irgendwann mal erreicht hat vom Skill her, vom Grundangelskill. Dann lohnt es sich, da auch die Punkte rein zu tun. Ich bin jetzt gerade da dran, hier die Qualifikation fürs Karpfischen natürlich auch zwischendurch noch weiter zu pushen. Und dementsprechend muss ich hier noch, genau, fangen Sie verschiedene Trophäen auf allen Rig-Montagen. Das heißt, ich muss irgendwann noch Method Feeder, Method Feeder Pop-Up, Megadrick noch machen und Snowman Rig. Auf den anderen Montagen habe ich jeweils schon eine Trophy gefangen. Und hier sind noch vier Stück offen. Deswegen stehe ich heute hier komplett auf Snowman. Und The Snowman hat eben auch ganz schicke Möglichkeiten. Wir können Pellets und Boilies kombinieren und man kann Grund-Pellet mit Pop-Up kombinieren oder Grund-Boily mit Pop-Up. Also das ist halt ganz geil, wenn man eben auch mal Pellets verwenden will plus Pop-Up Kombinationen. Also das ist gar nicht so schlecht. Deswegen diesmal heute hier der Test. Ich hoffe, hier geht was. Erst wenn es hier gleich die ganze Zeit nichts geht, wechsle ich natürlich auch den Spot. Aber man muss natürlich auch der Futtermische, dem Spot an sich und den Ködern bzw. den Karpfen auch ein bisschen Zeit lassen, bis da was geht. Apropos Futtermische. Wenn ihr natürlich in dem Low-Level-Bereich seid, könnt ihr höchstwahrscheinlich auch noch kein PVA herstellen. Und Moment. Ah, that's better. Noch kein PVA herstellen. Von daher sucht euch auch so Stellen, wie gesagt, mit diesen 21 Meter ungefähr. So weit könnte man ganz knapp mit dem Bällchen quasi auch rauskommen. Das heißt, ihr bastelt euch das Futter in diese Kugeln, ordentlich essen, ordentlich trinken, dass ihr maximale Energie habt. Und dann schön hochwerfen und maximal raus. Dann kommt man auch so, ich sag mal so zwischen 19 und 21 Meter, sollte man eigentlich schaffen. Schön bis nach vorne rennen und zack, rausballern die Kugeln. Das funktioniert später dann natürlich auch mit der Futterrakete. Damit kann man natürlich auch gut rumhantieren. Und wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt da gerade eine Stelle gefunden und da soll man mit den und den Komponenten, soll man da rangehen. Wenn ihr euch Futter herstellt, auch gar nicht so ganz verbissen immer, man muss nicht sich hundertprozentig an diese Komponenten halten. Das Futter ist zwar immer ein guter Anhaltspunkt, aber auch da kann man natürlich variieren. Wenn ihr zum Beispiel eine Komponente vielleicht noch nicht verwenden könnt, weil ihr im Skill noch nicht so weit seid, dann einfach vielleicht was Adäquates anderes verwenden. Vielleicht eine andere Basis verwenden oder halt eine andere Komponente, wie gesagt, die dem ähnlich ist. Und ja, im schlimmsten Fall vielleicht auch einfach mal fragen, wer kann mir denn Futter herstellen. Das sollte doch auch in der Regel funktionieren. Oder wie gesagt, eine eigene Futtermische einfach kreieren mit den wichtigsten Basics, die halt drin sind. Und was man natürlich auch immer machen kann, die gute alte Basismische nehmen hier. Ganz normal, Karpfen, Basismische. Auch das ist ja jetzt hier kein besonderes, guckt euch das an, gemahlene Erbsen, Fliegenmade, Mais, Vanille. Hier, also absolut basic. Aber auch das triggert eben auch die Karpfen, beziehungsweise es gibt ja hier nochmal diese Graskarpfenmische mit Hanfsamen, Leinsamen, Mais, Koriander. Auch völlig simpel. Aber auch diese Komponenten oder diese Mischen kann man natürlich gut verwenden. Ja, im Moment ist das hier für mich schon gerade echt fast zu wenig. Ich bin schon kurz davor hier zu wechseln. Allerdings, auch da muss ich immer ein bisschen mehr Geduld für mich selber irgendwie aufbringen. Weil Karpfenangeln ist halt kein Spinning, wo man halt schnell Erfolge hat. Karpfenangeln dauert halt immer mal wieder. Und deswegen muss ich auch jetzt hier ein bisschen Geduld haben. Und hoffen, dass da dann gleich doch noch was losgeht. Wir können ja nochmal eben aufs Setup ein bisschen weiter eingehen. Ich bin vom Setup natürlich relativ grob jetzt hier schon unterwegs. Wenn ihr im Levelbereich seid, dass ihr euch eine HSV-Rolle kaufen könnt. Die ist mittlerweile ab Level 20 kaufbar. Schwerpunkt oder Knackpunkt ist natürlich das Silber. Das heißt, ihr seid vielleicht noch im Low-Level-Bereich, unter Level 12. Das heißt, ihr startet erstmal mit einem Feeder-Starter-Set. Geht rein da in das Grundangeln. Und seht zu, dass ihr ab da kontinuierlich nur noch spart. Sparen, sparen, sparen. Das einzig Sinnvolle ist es, Köder zu skillen. Dass man ungefähr noch den Knoblauchteich und Perlengraubenteich herstellen kann. Und dann als nächstes natürlich auch Futter mischen, noch ein bisschen skillen. Und ansonsten wird ganz, ganz, ganz viel gespart. Denn, und das ist halt der Knackpunkt, die Kohle, die braucht man dann ab Level 20. Bam. Schleie nehme ich gerne mit. Finde ich gut. Es muss nicht zwingend Karpfen sein hier. Ich nehme auch gerne ganz viele Schleien mit. Sehr gut, ähm. So, und wieder raus damit. Aber ihr seht, so langsam geht es los. Es hat einfach ein bisschen, äh, ein bisschen Zeit auch gebraucht. Und dazu beteilt als nächstes hier weiter. Wir gucken nochmal eben rein. Ähm, grundsätzlich für den Anfang, oder wenn ihr hier seid, auch mit diesem kleineren Set. Ihr habt vielleicht, ähm, nennt das das Feeder-Set. Oder ihr gönnt euch, weil ihr halt so tapfer gespart habt. Ihr gönnt euch die HSV. Und dazu hier die, ähm, Fortuna Carb. Das ist eben wichtig, wenn ihr die schon habt. Ihr habt schon 60% im Grundangeln. Ihr könnt Karpfenrouten holen. Dann spart noch ein bisschen weiter. Gönnt euch das direkt. Überspringt direkt die Feederrouten. Und geht direkt auf die Karpfenrouten. Dann hättet ihr einen super Start ins Midgame sozusagen. Und habt dann echt gute Voraussetzungen, um noch schneller ins Endgame zu kommen. Vom Setup her. Ähm, dann baut man das natürlich hier am besten auch mit einem Einserhaken auf. Ähm, die Schnur stärken entsprechend dann natürlich der Rolle. Das heißt, ihr habt dann 17 Kilo Bremskraft maximal. Wenn die Rolle dann auch noch irgendwann ausgebaut ist, die HSV. Und, ähm, dementsprechend dann eben die Schnur aufbauen, ne. Eine Monoschnur mit, keine Ahnung, 19, 20 Kilo oder sowas reicht ja völlig aus. Und dann rein da. Und man muss auch gar nicht beim Karpfenangeln zwingend ein Vorfach verwenden. Ähm, da kann man auch die ganze Zeit mit Monoangeln Einserhaken und gib ihm. Schön auf Frequenz ist halt auch ganz wichtig. Ähm, gar nicht mal so sehr aufregend. Nicht auf die ganz großen Brocken aus sein, sondern viele Fische fangen. Je mehr Fische, umso mehr Skillpunkte und so weiter und so weiter. Das ist eben auch wichtig. Also nicht nur darauf achten, dass man hier die möglichst dicken rausbekommt. Ähm, das kann man halt irgendwann machen, wenn man keine anderen Sorgen hat. Ähm, und nichtsdestotrotz ballern ja auf Einserhaken. Der zieht jetzt endlich ab. Wahrscheinlich ein Amur. Ähm, nichtsdestotrotz ballern auch auf Einserhaken mal Trophies rein. Also auch das kann durchaus passieren. So, ich stehe ja jetzt hier mit relativ kleinem Setup noch. Zeig auf 21 Meter. Warum klippe ich hier? Ich klippe hier, weil ich Futtermische verwende. Ich muss jetzt übrigens aufpassen, ich darf nicht noch mehr Futtermische verwenden. Das heißt, bam, hier kommt jetzt gleich das PVA ab, die Futtermische ab. Denn ich will, ähm, erstmal nur so ungefähr 10 Futterbällchen haben an dem einen Spot. Der nächste Amur, auch nicht schlecht. So, und jetzt gehen wir hier erstmal von dem Futter runter. In diesem dicken PVA sind halt zwei Bällchen drin, ne? Und zwei Futterbällchen. Und jetzt ist halt hier schon, keine Ahnung, wie oft habe ich ausgeworfen? Fünf, sechs Mal. Ähm, das heißt, wir haben hier 10, 12 Futtermischen schon an dem Spot. Und, ähm, das reicht dann auch erstmal für diese Area. Wir wollen ja nicht überfüttern. Dann mache ich dann lieber gegen Abend, in den Abendstunden, nochmal irgendwie ein, zwei Würfe mit Futter mische. Und dann ist das gut. Jetzt muss ich natürlich auch das Ganze, jetzt habe ich hier unterschiedlich, äh, zusammengebaut. Ich habe hier Pellets und Pop-Up, relativ klein und kleiner Haken, größerer Haken mit, ähm, Boilies zweimal, Kokossahne und Kokossahne mit Kokossahnektar. Und hier haben wir, und auch gar kein Ergebnis, süße Sahne, süße Sahne, Sahne. Ähm, tja, auf einen 1,0er Haken. Bisschen kombiniert. Also kleines, kleiner Pellet und, ähm, großer oder größerer Pop-Up Boilie. Das sind jetzt hier so diese, diese Variationsmöglichkeiten einfach von den verschiedenen Ködern. Und jetzt wird einfach erstmal auch getestet, worauf springen denn die Fische hier jetzt an, an der Stelle. Und, ähm, die ersten Ergebnisse waren zum einen, ja, gar nicht verwunderlich, auf einem kleineren Haken mit kleineren Pellets. Kokossahne in beiden Fällen, also das ist jetzt gerade durchaus eine Option. Dann waren hier natürlich auch schon Bisse, auch das ist nicht ganz so groß, 16er nur, kann man auch ganz gut machen. Es gab auch mal Zeiten, da hat man hier am Bärensee so mit diesen kleinen 14er, 16er richtig gut gefangen. Da konnte man richtig Gas geben. Da waren die, äh, 20er Boilies und so, die waren alle schon viel zu groß dafür. Also auch das kann natürlich sein, dass das dann mal ganz gut läuft. Deswegen auch ruhig mal die etwas kleineren verwenden. Nicht immer nur die 20er oder so, kann auch einfach gerade für das Gewässer zu groß sein. Wenn es jetzt hier auf der dritten Route die ganze Zeit nichts, wenn da nichts passiert, wenn da jetzt keine, keine Reaktion mehr kommt, dann muss ich auch hier ändern. Und dann ist eigentlich Kokos the way to go. Denn hier ist in beiden Fällen Kokos drauf, hier komplett nur die süße Sahne. Dann muss ich eben mehr auf Kokos ändern. In der Futtermische selbst drinnen, wo habe ich sie noch drauf? Hier in der Futtermische selbst ist ja auch Kokos und Sahne drin. Also die ist halt mit Mais, relativ süßlich, Maismehl, dann Kokos, Sahne, Pellets komplett vollgepackt. Auch das würde ich, das ist eine alte Mische, würde ich mittlerweile gar nicht mehr so zusammenbauen. Ich hätte jetzt mit einer neuen Mische das, wir können ja mal eine zusammenbauen. Also das war jetzt nochmal eine alte Mische. Für die Stelle würde ich, glaube ich, eine Futtermische, und das ist eigentlich egal, wie wir es zusammenbauen. Wir können das halt jetzt als Kugel oder als Trockenmische nehmen. Ich würde auch hier wieder vielleicht das Maismehl als Basis nehmen. Dann kann man hier natürlich einmal Kokos, Sahne als Fies reinnehmen. Ich nehme hier mal die großen mit 12 Millimeter, Kokos, Sahne, Fies, haben wir was nur mit Sahne. Hier haben wir Sahne, Fies, dann haben wir da schon mal eine andere Komponente. Dann kann man hier reingehen, was gibt es denn noch? Gibt es noch irgendwas in Richtung Sahne? Das sind die Pellets, hier gibt es dann nochmal süße Sahne, das könnten wir auch noch machen. Dann hätten wir schon mal drei unterschiedliche Komponenten. Auch hier nehme ich jetzt die größten. So, und dann könnten wir hier aber nochmal zurückgehen, auch vielleicht in Richtung... Kokos gibt es, glaube ich, nichts anderes. Was man halt machen kann, man kann natürlich auch Boilies schreddern, das könnte man auch immer reinmachen. Das ergibt dann natürlich immer große, dicke Fies. Ich könnte auch hier diese kleinen, diese Achter-Pellets, die könnte ich auch reinmachen. Ist natürlich immer ein bisschen tricky, wenn man hier solche Komponenten komplett rein tut. Ist man ganz schnell in dem Bereich, dass man den Spot überfüttert. Das heißt, solche Komponenten direkt reinzugeben, heben diesen Überfütterungsbalken noch weiter an. Und man ist ganz schnell halt in diesem Limit. Da würde ich dann auch echt vielleicht erstmal nur zehn Bällchen maximal reinballern und dann lange Zeit warten. Das ist wirklich gefährlich. Deswegen, ich lasse das jetzt erstmal raus und nehme vielleicht noch einfach hier was Süßliches. Wie wäre es denn mal mit Keks oder Biskuit? Wie hieß denn das? Gibt es nicht Keks? Das wäre nochmal eine, genau, Keks gibt es. Dann haben wir hier nochmal eine süßliche Komponente. Es ist warm zur Zeit und es ist, wir sind relativ ufernah. Vielleicht gehen noch ein paar Amure mehr rein. Wäre gar nicht schlecht. Und was nehmen wir jetzt? Wir könnten, wir könnten, wir könnten, haben wir was, irgendwas Süßes. Wir könnten natürlich einfach die Sahne nehmen. Ich glaube, ich nehme einfach die Sahne. Man kann natürlich auch einfach in Richtung Vanille auch gehen oder ich nehme Vanillecreme. Wobei das natürlich jetzt wieder eine andere Komponente ist. Weiße Schokolade könnte man auch nehmen. Ich habe so fast noch nie Zimt genommen, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, ich nehme jetzt in dem Fall einfach Sahne, dass wir hier nicht zu wild sind von den Aromen. Und dann nehmen wir das hier einfach Sahne süß. Sahne süß, dann haben wir das drin. Einmal anfertigen und dann haben wir hier Futter mische. So, wunderbar. Ich bin von der Stelle hier gerade nicht mega angetan. Deswegen packe ich mal eben hier die Koffer und wir sehen uns direkt an dem nächsten Spot. So, und da sind wir auch schon hier an dem Klassiker 4450. Zuletzt hier auch ein super Spot für das Angeln auf die Barbe. Ganz klassisch mit dem Käse hat das ja auch schon ganz gut funktioniert. Und wir verwenden jetzt hier mal kein PVA. Das war ja das alte. Das heißt, das machen wir überall runter. Hier hatte ich es glaube ich schon runter. Ja. Und hier ist es auch noch dran. Und da geht es runter. Ich verwende jetzt kein PVA und keine Futter mische hier an diesem Spot. Wir sind hier immer noch auf 21 Meter. Zack. Erstmal raus. Und dann wird es hier getestet. Theoretisch wird auch hier getestet. Natürlich ohne irgendeine Futtermische. Zack. Eins, zwei, drei. Man sucht sich halt jetzt hier ungefähr eine Stelle. Vielleicht so am Horizont, wo man dann immer hinwirft. Und auch immer ungefähr gleich weit aufladen. Deswegen ist es auch immer ganz praktisch, wenn man sein Set ähnlich zusammenbaut mit den gleichen Gewichten und so weiter. Dass man dann immer wieder das gleich wiederholt. Immer wieder die gleiche Aufladung. Immer wieder gleich weit rauswirft. Denn wenn du einmal ein schweres Gewicht hast, einmal ein leichtes Gewicht. Du weißt immer nicht, wie weit du auflädst. Dann wirfst du irgendwie immer maximal. Lädst du maximal auf. Dann fliegt das schwere Gewicht deutlich weiter. Flippt wieder ein Stückchen zurück. Das will man eben auch nicht. Dann landest du auch nicht in der Area, wo du dann das Futter drin hast. Und dann, ja, jetzt eben die zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben jetzt schon die Futterbällchen hergestellt. Das heißt, wir könnten dann hier mit den Futterbällchen Gas geben. Ich nehme mal jetzt hier in dem Fall einfach mal diese Karpfenkomponente. Nochmal ein bisschen was essen und snacken, damit ich volle Energie habe. Und dann ballern wir halt raus. Zack. Ja, ungefähr da hinten in dem Bereich. Zack, sind auch gerade die Routen gelandet. Also man kommt so ungefähr auf diese 21 Meter. Und ja, das wäre jetzt halt die Möglichkeit, einfach nur damit sich hinzustellen und zu testen. Auch übrigens ideal, wenn ihr einfach nur mit den Grundmontagen unterwegs seid. Mit den Inline oder mit der Schlaufenmontage zum Beispiel. Auch sehr, sehr geil dafür. Dann schön mit der Schlaufenmontage und Kartoffel oder mit Mais und so weiter. Auch das alles durchtesten. Die ganzen Breie, Honigteig, Knoblauchteig auch ruhig mal testen. Auch das funktioniert. Minimum halt einen Einserhaken. Da würde ich auch gar nicht kleiner dran gehen. Weil auch da können dann hier mal Brassen reingehen und sowas alles. Aber auch mal die dicken Amure und dann steht man da auf einmal. Auch da sollte man sich hier dann nicht mit einem kleinen Setup hinstellen, was vielleicht unter 14, 15 Kilo Bremskraft hat. Macht eigentlich nicht viel Sinn. Ja, jetzt gehen wir aber hier ja nochmal dran mit der gerade frisch hergestellten Mische. Dadurch, dass ich das halt schon kann, nutze ich natürlich auch hier jetzt die Futterrakete. Da ist die Rakete. Es gibt verschiedene Varianten an Raketen. Es gibt einmal erstmal verschiedene Portionsmengen, die man reintun kann. Und hier habe ich jetzt einmal die offene. Und ich habe dann hier einmal die geschlossene. Und sieht man das im Detail? Genau. Also hier die geschlossene, die sich quasi dann öffnet, wenn sie den Grund berührt. Bla 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 auf der Oberfläche. Genau. Es hieß, es gibt einen Beitrag im Forum. Es hieß, die öffnen sich wohl eher am Grund. Ob das hier so richtig ist, was da drin steht, ist halt wieder die große Frage. Aber es gab dann ein Statement, dass die sich halt eher auf dem Grund öffnen. Und es gibt dann hier, und das ist ja auch recht offensichtlich, das sind dann die, die quasi, ja so eine Nebel quasi schon direkt machen. Und sofort das Futter verteilen beim Auftreffen. Ich kann auch im Moment, ich glaube ich verwende auch diese jetzt mal, denn wir haben ja hier kein fließendes Gewässer. Das heißt, ich werde die jetzt hier nehmen und die ganze Fudermische direkt da verstauben sozusagen in der Area. Dass die gar nicht erst mal auf dem Grund aufgeht. Wobei ich finde halt tendenziell, nee Blödsinn, tendenziell fürs Karpfenangeln finde ich das eigentlich besser. Die sollen halt eigentlich eher da aufgehen, wo auch die Köder rumliegen und die liegen halt auf dem Grund. Wenn ich dann irgendwie im Mitwasser angel, wenn ich mit, vielleicht mit der Match unterwegs bin, mit der Pose, dann macht das andere vielleicht mehr Sinn. Und wir haben die Köder ja jetzt gerade auf dem Grund, dann bleiben wir auch dabei. So, Sahne süß ist das Ganze. Mal eben raussuchen, wo haben wir es denn? Sahne süß, hier ist es. Da sind die Komponenten. Jawohl. Und das ist halt das Schöne, jetzt haben wir hier unterschiedliche Komponenten drin. Wir sprechen viel mehr verschiedene Fische an. Wir klippen hier natürlich auch auf 21 Meter. Zack, haben auch hier jetzt die gleiche Stelle getroffen. Lassen das nochmal ein bisschen absinken. Man kann das auch drin liegen lassen, aber ist halt Blödsinn. Und dann rein damit und weg damit. Für den Style halt immer geil, ne? Dann stehst du hier schön mit vier Ruten. Oder mit fünf, hast du noch die Spotrot. Na, guck mal, da gehen die ersten kleinen Viecher rein. Bisher jetzt natürlich ohne Futter mische. Kleine, oh ah, eine olle Karausche. Ja, die kann man natürlich am Moskito auch fangen. Dafür muss man nicht bis zum Bärensee fahren. Aber wir sehen schon hier Sahne, Pop-up und Sahne. Ja, wir sind ja jetzt komplett ohne Futter mische. Und müssen jetzt hier wirklich in diese Area wieder reintreffen, wo die Futter mische drin ist. Futter mische hat einen Radius von zweieinhalb Meter um den Einschlagort. Das heißt, da sollten wir schon reintreffen. Und da kommen die nächsten kleinen. Das war jetzt alles hier ohne, ohne dass das jetzt hier großartig angefüttert war. Die eine steht mir jetzt hier so ein bisschen im Weg. Wir gehen mal ein bisschen rüber damit. So, und dann werfen wir wieder da hin. Zack, in den Clip auch rein. Und landen jetzt natürlich immer wieder an der gleichen Stelle. Ja, so geht das jetzt weiter. Wie gesagt, der erste Spot war ganz nett, war mir aber deutlich zu wenig Frequenz. Jetzt ist es genau das gleiche wie beim letzten. Frisch jetzt gerade erst angefüttert. Dem Ganzen jetzt erstmal natürlich ein bisschen Zeit geben. Ich würde sagen, so bis in die Abendstunden. Da muss es dann aber auch losgehen. Und dann wird dann da probiert. Eine andere Möglichkeit, die auch gar nicht so weit weg ist, ist hier vorne. Ein ultimativ alter klassischer Spot. Mega geil. Auch hier muss ich mich mal wieder hinbegeben. Auch schon lange nicht mehr geangelt. Ich werde hier die Area demnächst, glaube ich, mal schön auch vom Grund her nochmal abtasten. Das heißt, wir haben hier einen Spot. Wir haben hier einen Spot. Wir haben die Möglichkeit, auch mal durchzuballern. Man kann hier vorne hinwerfen. Man kann genau hier eher hin, beziehungsweise hier hinwerfen. Also wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und ich weiß auch noch, auch nur eine Zeit lang ging das dann hier auf der anderen Seite. Eher in die Richtung oder hier hin. Also hier alleine diese Area. Ich glaube, hier kann man schon vier, fünf Stunden sich verausgaben. Und verschiedene Köder und Stellen testen. Mega geiler Bereich. Und dann auch wieder natürlich angefangen von den Basics. Von Kartoffel, Kohlblatt, Teige und Co. Bis hin zu den verschiedensten Boilies. Was halt geil ist und das ist halt, finde ich, der Riesenvorteil von dem Pop-Up. Wenn man Grundangeln schon so weit hat, und das ist ja gar nicht so weit, dass man Pop-Up Brick verwenden kann. Dann ist es eben geil mit den ganzen Maisködern erstmal zu testen. Mais als Basis, Basis als erster Test. Damit geht es los. Aromen testen ohne Futter mische. Und dann auf die Aromen, die funktionieren, darauf dann halt aufbauen. Dementsprechend das Futter machen, mehr die Aromen pushen, die Aromen mit einbinden ins Futter und Gas geben. Tja, so sieht das aus. Ich werde hier halt noch ein bisschen weiter Gas geben beim Rumprobieren am Bärensee. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Wir haben alles durch. Die Spots sind jetzt soweit bekannt. Futter mischen, herstellen, hatten wir mit drin. Ja, das sind so die Basics zum Bärensee. Wenn ihr das Ganze geholfen habt, gerne einen Daumen da lassen fürs Video und Kanal abonnieren, wenn nicht schon geschehen. Das hilft mir wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Ansonsten, wenn noch Fragen sind, unterm Video ist auch noch der Link zum Discord. Eine riesen Community mit ganz, ganz, ganz viel Wissen rund um das Game. Petri. 1. 1. Ben. 6.